Schönen guten Tag, hier ist die Erde vom Jungform Chemnitz. Neben mir steht die Kathleen. Hallo Kathleen. Hallo Jette. Kathleen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, für welche Partei kandidierst du, was sind eure Wahlthemen? Was ich bin? Also ich bin die Kathleen. Ich komme hier vom Schlossberg und kandidiere für Zentrum Lutherviertel und Bernsdorf für Bündnis 90 Die Grünen. Deswegen sind wir auch am Schlossteich. Das ist sehr schön. Wolltest du sagen, dass der Schlossteich einer deiner Lieblingsorte ist in Chemnitz? Das ist mein Sommerwohnzimmer. Dein Sommerwohnzimmer? Was ist denn dein Winter- und Herbst- und Frühlingswohnzimmer? Na dann ist es doch meine Wohnung. Okay, was würdest du sagen, was macht für dich einen Lieblingsort aus? Dass man immer wieder neue Menschen trifft, dass man viele Möglichkeiten hat sich frei zu bewegen, zum Beispiel wie die Menschen hier bei uns um die Ecke zu grillen. Und dass man 22 Uhr nicht mucksmäusisch still sein muss. Wenn man mich fragen würde, was für mich einen Lieblingsplatz ausmacht, dann definitiv ist eines der Punkte, dass der ÖPNV gut angelegt ist. Was genau sind denn deine Verbesserungsvorschläge für den ja doch sehr mageren ÖPNV in Chemnitz? Dann ist das AJZ nicht dein Lieblingsplatz. Das wäre sehr schade, weil das AJZ nicht an den ÖPNV abends angeschlossen ist. Es ist einer meiner Lieblingsplätze, aber nicht der Lieblingsplatz. Also ÖPNV in Chemnitz ist sowohl tagsüber als auch nachts noch eine Baustelle. Momentan quälen uns fehlende Fahrer. Das heißt, das Display, diese Fahrt fällt aus, sieht man relativ häufig. Wir brauchen ab 20 Uhr eine bessere Taktung. Sowohl die Krankenschwester als auch das Partygirr wird davon sehr profitieren. Die Innenstadt wird dadurch auch belebter werden. Und wir müssen uns nochmal über die Linienführung unterhalten. Ich glaube, dass der Ringbus zum Beispiel auch die Nacht durchfahren sollte, damit der Zentralismus alle in die Innenstadt aufgehoben ist. Genau. Die Nachtbuslinie zum AJZ war ja auch schon Thema im Jugendforum vor drei Jahren, glaube ich, war das. Hat leider nicht geklappt. Es sollte nicht sein. Wir hoffen natürlich, dass wir da weiter auf euch zählen können, auf eure Unterstützung. Also das wurde damals von der Grünen-Fraktion massiv unterstützt und das wird es auch weiterhin. Genau. Dann wären wir bei der nächsten Frage, Katrin. Wie stellst du dir in Chemnitz nach 20 Uhr vor in Bezug auf Späti, Nachbuslinien, Club-Szene? Was sind deine Verbesserungsvorschläge? Um mehr junge Menschen in die Stadt zu bekommen, bräuchte es in Chemnitz mehr Clubs und mehr soziokulturelle Angebote in der Innenstadt, die man natürlich dann auch gut erreichen kann und gut wieder wegkommen kann. Weil niemand möchte ja alkoholisierte junge und ältere Menschen dann auf der Bernstorfer Straße laufen haben. Da brauchst du aber, glaube ich, zwei was. Wir müssen als Stadt gucken, wo wir nochmal Räume haben und Flächen haben, wo man gut solche Locations machen kann. Wir brauchen aber natürlich auch junge Leute, die Bock haben, abends nochmal das Sofa zu verlassen und rauszugehen und was zu machen. Und die auch Lust darauf haben, was mitzugestalten, weil was nicht funktioniert, ist, dass so eine Stadt alles hinklotzt und man das nur als Konsument benutzt. Das sehe ich ganz genau so. Junge Menschen, du hast es gerade schon angesprochen, genau das hatten wir vor zwei Wochen. Die Fridays for Future Organisation war ja weltweit ganz groß, hat da sehr viel für Aufsehen gesorgt. Was würdest du denn machen oder was stellt ihr euch vor, um Schülerinnen und Schüler und auch die Stadtschülerrätinnen und Räte besser einzubinden? Fridays for Future, das grüne Herz hat geklopft, ganz viel Selbstorganisation, ganz viel Empowerment, super Sache. Das Thema, was wir seit 20 Jahren von der Wissenschaft erklärt bekommen, endlich mal emotionalisiert und polarisiert. Mit Bestimmung von jungen Menschen hat bei mir nie nur was mit Schülersein zu tun, sondern die Grünen fordern ein Wahlrecht ab 14 auf Kommunal- und Landesebene. Das heißt, jeder Mensch ab 14 soll, ab dem wir es durchgesetzt haben, Stadtrat, Gemeinderat und Landtag mitwählen können. Die Vertretung von Schülerinnen und Schülern an Schulen ist momentan, glaube ich, sehr davon abhängig, was Schule daraus macht, wie das von Schule gefördert wird, welche Vorstellung von Demokratie und Mitbestimmung Schulleitung zulässt, aber auch der einzelne Klassenleiter, die einzelne Klassenleiterin zulässt. Und da gibt es Schulen, wo das hervorragend funktioniert und es gibt andere Schulen, da sind das irgendwie so Pappfiguren. Pappfiguren, inwiefern? Also die sind einfach da? Die sind da mehr oder weniger sprachfähig und werden mit den Dingen, die sie haben, eben leider manchmal auch nicht so ernst genommen. Okay, dann sind wir als Jugendforum natürlich ganz gespannt darauf, hoffen da weiter auf eure tolle Unterstützung und wir wünschen euch natürlich viel Erfolg bei den Stadtratswahlen. Dir, Kathleen, vielen lieben Dank für das Interview nochmal, dass es geklappt hat. Gerne. Und wir sind vom Jugendforum und sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020